Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Call of War und dem großen Community-Turnier. Wir haben Tag Nummer 5 und wie ihr sehen könnt, wurden wir, wie zu erwarten war, dann doch besiegt. Wir haben als gesamte Koalition verloren, wir wurden alle an einem Tag besetzt. Auch Brasilien konnte nicht mehr länger aushalten, Peru war da tödlich effizient, ist durchgebrochen durch die Linien und hat einfach alles besetzt. Und damit sind wir ausgeschieden auf Rang 72. Wir haben insgesamt es immerhin geschafft, 15 Provinzen einzunehmen, wir haben 12 Einheiten zerstört, davon Primär Infanterie. Wir haben außerdem auch 15 Gebäude gebaut, 16 Einheiten gebaut und davon waren 8 Panzerwagen und wir sind etwas im Level aufgestiegen. Viel mehr haben wir nicht geschafft, wir haben durchaus ein paar Verluste verursacht bei diesen verschiedenen Gegnern. Wir haben Kolumbien ziemlich stark beschädigt, wir hatten viele ihrer Gebiete eingenommen und standen kurz vor Medellin und Bogotá, konnten aber das alles, ach geht nochmal weg hier, konnten das alles aber nicht ganz einnehmen, haben es nie geschafft, wirklich irgendwie tatsächlich dann den Krieg auch zu beenden. Peru kam sehr schnell rein und natürlich war die ganze Zeit die große Gefahr da durch die Karibische Inselrepublik, die ja immer wieder Schiffe geschickt hat. Und wir konnten dieses Ganze nie so richtig abwehren und ja, unsere Allianz ebenfalls nicht. Schade, dass wir so früh ausgeschieden sind, ich hätte gerne länger mitgemacht, klar, das wäre schön gewesen, wir waren ja auch die deutsche Repräsentation, ich hätte gerne eben da noch ein bisschen eine bessere Arbeit gemacht, aber es war leider auch alles ein bisschen chaotisch gewesen, wir hatten ja nur eine Dreier-Koalition, keine Fünfer, das wäre alles deutlich einfacher gewesen, wenn wir fünf Leute gewesen wären tatsächlich, weil Kolumbien und die Inselrepublik die beiden Länder waren, die eigentlich auch für uns waren, wir wollten ja diese beiden Länder noch besetzen, mit unseren zwei restlichen Allies, wäre das so gewesen, hätten wir vermutlich eine bessere Chance gehabt, wir hätten auch vielleicht Peru genommen statt den Inseln, aber da eben das nicht passiert ist, waren wir hier sehr auf verlorenen Posten und wurden eben dann eiskalt besiegt und da kann man nur sagen, GG an Peru und an Kolumbien und an Ostbrasilien und auch die Karibik, die haben das richtig gut gespielt, uns hier von allen Seiten angegriffen und auch ziemlich gut zeitgeschwindet, muss man sagen, haben sie gut gemacht, das war sehr beeindruckend, wie sie eben so ein bisschen mit uns gespielt haben, ja, wir müssen uns alliieren für eine große Koalition, bla bla, um dann eben einfach anzugreifen, zwei Tage später, das war sehr schlau gemacht, haben sie uns sehr hingehalten und uns da in Sicherheit gewogen. Und damit sind wir raus, das ist schade, aber es geht noch weiter auf der Karte hier, es gibt noch viele verschiedene Dinge, die passieren könnten, ich meine, dass zwei weitere YouTuber auch raus sind inzwischen, ich meine, die tunesische Repräsentation und die andere französische Repräsentation sind raus, wer noch dabei ist, ist BM Fox auf jeden Fall und ich glaube, die kolumbianische Repräsentation, ne, die war glaube ich raus, ich lüge glaube ich gerade irgendwas, ich glaube Tunesien ist noch dabei, ich habe gerade irgendwas falsch gesagt, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wer genau jetzt wohin gehört, ich habe die Koalition nie so richtig im Blick gehabt, wir schauen mal ganz kurz, genau, Team Cobra XII ist raus, die sind weg, habe ich vorhin gelesen, BM Fox ist noch dabei und Meliodas ist auch besiegt jetzt, das war diese Koalition gewesen und der Rest hat sich leider nicht akkurat benannt, das heißt, da kann ich nicht sagen, wer wer ist, aber man muss auch sagen, Deutschland wirkt wie eine sehr, sehr mögliche Chance für den Sieg, die scheinen das richtig gut zu spielen und haben bereits fast ganz Europa unter Kontrolle, also auch da haben wir eine sehr starke Koalition, glaube ich auch irgendwo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt irgendwo dabei sind, auf jeden Fall, ja, die Karte wird noch weitergehen, es war alles ein bisschen chaotisch leider, das ist sehr schade, war aber auch wirklich das erste Mal, dass sowas gemacht wurde, muss man sagen, das gab es vorher noch nie, so ein Turnier, so ein großes Community-Event eben mit den YouTubern und dann auch noch mit den 70 Leuten, die einfach beitreten durften, das war alles sehr neu und dementsprechend eben doch etwas chaotisch, aber ich glaube, das kann nur besser werden, bin ich mir ziemlich sicher und trotz der ganzen Umstände hatte ich richtig viel Spaß und ich hoffe ihr auch und ich hoffe, es geht noch spaßig weiter für alle die von euch, die noch dabei sind, ich weiß ja, einige waren auch beigetreten, nachdem es bekannt war und daher denke ich, da ist bestimmt noch einiges Tolles hier möglich und wir werden das bestimmt auch nochmal neu machen in der Zukunft, da gibt es bereits ein paar Pläne, ich weiß gar nicht, wann das Video hier rauskommt, aber ich bin auch sehr, sehr bald nochmal dabei bei einem weiteren Community-Event, was Call of War angeht, da werde ich auch noch nähere Angaben machen zum demnächst, das heißt, Call of War wird hier auf jeden Fall auch noch weitergehen und dann hoffentlich auch wieder etwas erfolgreicher und nicht so wie jetzt gerade, das war ja alles ein bisschen peinlich, aber natürlich muss man auch dazu sagen, ich war nicht die beste Repräsentation im Sinne von, dass ich bisher Call of War nur einmal gespielt habe, tatsächlich, wir haben zwar gewonnen, aber es war nur eine 31er Map, die relativ easy war, das heißt, ich war hier vermutlich mitunter einer der wenigsten, am wenigsten erfahrenen Spieler auf der Karte und dadurch nicht unbedingt befähigt, um diese Runde tatsächlich zu gewinnen, da hat man auch gemerkt, wir wurden total ausproduziert von Peru und auch von Kolumbien, wir hatten niemals irgendeine Chance, die haben so viele Einheiten gebaut, ich frage mich, wo die herkamen, ich war total überrascht davon, was da auf einmal alles auf uns zugefahren ist und 5 Kreuzer und Flugzeuge und Artis und ich hatte gerade mal einen WC Panzerwagen gebaut, da habe ich auf jeden Fall deutlich weniger gut gebaut im Vergleich zu denen und das habe ich dann schon sehr gemerkt, also mein Ressourcenmanagement muss auf jeden Fall noch besser werden, aber ich hoffe, da werde ich aus meiner Erfahrung einfach langsam lernen und immer besser werden. Genau, damit würde ich sagen, war es das schon von Team Germany und der Community-Karte, ich hatte Spaß, ich hoffe, ihr werdet auch weiter Spaß haben, wenn ihr noch hier seid, wie bereits erwähnt, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.